Ich weiß nicht, was gut ist. Hi, wir sind das Filmteam, das hinter 11 Years steht. 11 Years ist unsere Bachelorarbeit, die wir hier an der TH Nürnberg in dem Jahr drehen werden. Ich bin Theo und ich übernehme die Produktion in dem Projekt. Ich bin der Simon und ich übernehme die Regie. Ich bin der Andi und ich übernehme die Kameraarbeit. Ich bin der Jan, ich mache VFX und das Storyboard. Hi, ich bin die Christina und ich bin fürs Compositing zuständig. Und zur Geschichte erzählt euch jetzt der Simon noch was Näheres. Unser Film spielt mit dem Gedanken, was wäre, wenn man sich ein zweites Leben kaufen könnte. Im Mittelpunkt unserer Geschichte steht Phil. Phil ist ein 80-jähriger alter Mann, der das Gefühl hat, vieles in seinem Leben verpasst zu haben. Aus diesem Grund sucht er eine Firma auf. Eine futuristische Firma, die ihm anbietet, zusätzliche Jahre zu kaufen. Diese Jahre kann er in einem jungen künstlichen Körper verbringen, während sein alter Körper in einen Tiefschlaf versetzt wird. Phil's Vermögen reicht genau für 11 Jahre. Und er nimmt das Angebot an. Während dieser 11 Jahre lernt er plötzlich Liz kennen. Liz und er verlieben sich ineinander. Und sie beide beginnen eine Beziehung. Allerdings fehlt es ihm am Mut, ihr zu sagen, wer er wirklich ist. Wer wirklich in diesem jungen Körper steckt. Allmählich neigen sich diese 11 Jahre dem Ende zu. Und genau dort beginnt unser Film. So, und jetzt kommt ihr ins Spiel. Ne ziemlich geile Geschichte. Echt gute Story, wie ich finde. Und wir haben ultra Bock darauf, das Ganze in die Tat umzusetzen. Das ist jetzt unsere Bachelorarbeit. Und wir haben auch die letzten drei Jahre schon teilweise Zusammenfilme, Kurzfilme realisiert. Das ist jetzt etwas größeres Projekt. Aber es ist auch unser absolutes Herzensprojekt. Und wir werden es auch in die Tat umsetzen. Mit ein bisschen Unterstützung von euch wäre uns gut getan. Wir haben viele Locations, circa acht bis zehn Stück. Und was natürlich auch viele Fahrtkosten mit sich bringt. Wir werden ein großes Team von vielleicht 20 Mann haben. Die wollen auch mit Essen und mit Unterkunft versorgt werden. Und wenn ihr uns da ein bisschen irgendwie unter die Arme greifen könntet, dann wäre das fabelhaft. Damit wir das Projekt vielleicht nicht nur für uns, sondern auch mit für euch machen können. Es gibt ganz oft gute Filmstoffe, die nicht auf die Leinwand kommen, weil sie nicht finanziert werden können. Unser Film wird auf jeden Fall in die Tat umgesetzt. Und mit eurer Unterstützung wird es uns ein Stück weit leichter fallen. Wenn euch die Story gefällt, wenn ihr den Film sehen wollt, dann würden wir uns sehr freuen, wenn ihr uns unterstützt. Da in der Leiste. Fünf Euro, zehn Euro, 5000 Euro. Kein Problem. Nehmen wir alles. Wenn wir so deuten, deuten wir richtig, oder? Ja. Ach krass.